Wir schreiben das Jahr 2015. Heilbronn, eine Stadt am Neckar, befindet sich im Aufbruch. 120.000 Menschen leben hier in multikultureller Vielfalt zusammen. Doch wer oder was ist Heilbronn wirklich? Die Stadtbusverbindungen, die Neckarbühne, die ganze Gegend um den Neckar. In Heilbronn gefällt mir im Moment, dass die Stadt immer moderner wird. Auf jeden Fall finde ich Heilbronn optisch, recht cool. Das Wetter und dass hier so viel Grün ist. Schöne Gegend, schönen alten Häuser. Fachgeschäfte. Es sollte einfach mehr für die Studenten getan werden. Dass das von außerhalb fehlt, zum Beispiel das, was in anderen Ländern passiert. Bezahlbare Wohnungen. Mir fehlt ein bisschen die bessere Busanbindung ans Umland. Ein bisschen bessere Radwege, wären toll. Eine ordentliche Verkehrsführung. In der Stadtkonzeption 2030 wird entschieden, wie sich Heilbronn bis dahin entwickeln soll. Die Zeit ist reif. Denn Schreibe ein Text oder ein Gedicht. Schieß ein paar tolle Fotos. Dreh deinen eigenen Film. Schreibe ein Lied oder ein Rap. Schreibe ein Theaterstück. Entwickle ein Stadtmodell. Erfinde dein eigenes Spiel. Oder sei anderweitig kreativ. Deine Teilnahme lohnt sich. Denn es warten auf dich Sachpreise im Gesamtwert von 1000 Euro. Lass dich ein auf ein Abenteuer. Verändere deine Perspektive und erweitere deinen Horizont. Die Zeit ist eine Abenteuer. Wie ist das eine Abenteuer. Die Zeit ist eine Abenteuer. Untertitelung des ZDF, 2020